Musik Ich bin so angespannt wie zum ersten Mal, weil es ist jedes Jahr vor dem Rennen sehr ungewiss, wie die Form zum einen ist. Hier ist es speziell mit den ganzen Bedingungen, sehr heiss, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, das ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung und natürlich auch wie die Konkurrenz ist, es hat wieder viele Leute hier, die ich nicht so gut kenne und auch nicht genau weiss, was ich erwarten kann. Ich hoffe, es ist nicht die Vorbereitung, was uns dann auch auf die Strecken erwartet. Also ich möchte so einem riesigen Krokodil nicht bei der Flussdurchquerung begegnen, aber natürlich, also die Landschaft und die Natur da ist atemberaubend und einzigartig. Musik 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 Untertitelung. BR 2018